Einmal durch die Beine durchgehen. Klasse! Einmal um den Körper rumgehen. Super! Und einmal Mitte. Klasse! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen hier im Harz heute auf dem Hundeplatz von Dagmar Spillner, die uns ganz liebenswürdigerweise ihren Hundeplatz für den Dreh zur Verfügung gestellt hat. Für die, die hier regelmäßig reinschauen, das ist natürlich nicht Dagmar, das kennt ihr. Cordula, magst du dich mal vorstellen? Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Cordula von Mannstein. Ich bin von Beruf Ergotherapeutin mit Heilerlaubnis für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz. Ich arbeite in einer Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Spannender Job. Genau, ja. Und Emilia kommt mit mir mit. Ich bin Fachkraft für tiergestützte Therapie und ja, auch Hundetrainerin. Emilia, das ist die zauberhafte junge Aussiedame, die ihr heute in unserem Film kennenlernen werdet. Und Emilia begleitet dich. Genau. Mit dann auf deine Arbeit. Richtig. Ja, das heißt, du setzt sie also tatsächlich auch bewusst ein, so in der sogenannten tiergestützten Intervention. Mhm. Also im Zusammenhang als Therapeutin mit Patienten oder Patientinnen. Genau. Ja. Und dieses Setting ist ja tatsächlich gar nicht immer so einfach, weil man leider sehr häufig mitbekommt, also ich komme ja aus dem Schulhundebereich, ich bin da Ausbilderin, das heißt, ich sehe das auch immer wieder, bekommt man leider sehr häufig mit, dass die Hunde halt irgendwie als Streichelebjekt, mehr oder weniger Kuscheltier eingesetzt werden. Ja. Da kriege ich tatsächlich immer einen über mich. Und deswegen haben wir gedacht, wir reden heute mal ein kleines bisschen über den Umgang mit dem Hund und was der halt mit den Menschen so machen kann und worauf man ein bisschen achten sollte. Genau.